Rote Rosen, Vorschau, Folge 3434 am Donnerstag, 21. Oktober 2021 Paul und Jens verpassen beinahe ihre eigene Hochzeit. Zwischen Gunter und Dörte sprühen die Funken. Jens und Paul schaffen es gerade noch pünktlich zur kirchlichen Trauung. Tatjana ist zu Tränen gerührt, als sie sieht, wen die beiden im Gepäck haben, ihre geliebte Babuschka. Gelöst und glücklich treten die Freundinnen vor den Altar, wo Dörte die beiden Paare in einer emotionalen Zeremonie vermählt. Ellen, durch den Fluglotsenstreik verhindert ist, gelingt es, digital zugeschaltet, zusammen mit Sarah eine liebevolle Rede zu halten, die Mona und Jens zu Tränen rührt. Babuschka kann mit einer außergewöhnlichen Überraschung aufwarten, sie hat mitbekommen, dass Marianne Rosenberg für ein Konzert in der Stadt ist. Kurzerhand verschwindet Babuschka von der Hochzeit, um gewitzt und tatkräftig die Künstlerin aufzuspüren und zu überreden, auf der Hochzeit zu singen. Als diese ihren Hit im Namen der Liebe, für die Hochzeitsgesellschaft darbietet, geht für Mona ein Kindheitstraum in Erfüllung und sie strahlt vor Glück. Gunther weiß Davids Vermutung, er habe sich in Dörte verguckt, weit von sich. Aber die beiden kommen sich auf der Hochzeit immer näher und geben dem Moment nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017